Das ist wirklich wunderschön. Oh, hier schwebt schon eine erste Birne irgendwie durchs Gebirge. Birne durchs Gebirge. Durchs Gebirne. Ja, deswegen kam das Gebirge jetzt auch so komisch raus. Eine Birne durchs Gebirge. Naja, das läuft ja nicht weg. Nö. Und die Chance haben wir immer, uns epischen zu holen. So sieht's aus. Ach, du bist gar nicht hier? Wo bist du denn? Ja, ich bin so weit raus abgepumpt. Ich habe geträumt gerade. Ach so. Ach, Mann. Hier oben brauchst du dann nicht mehr, hier lag nichts. In deiner Kiste war bloß ein Raketenwerfer drin. Die Schwebe sind da herunter. Ja. Gibt schon Waffen. Hier ist keiner. Was? Es kann noch nicht sein, dass hier keine Birne ist, Alter. Ja, das war weit heute. Doch, hier ist einer. Oh, ich hab noch den Waffen. Oh, ein Kissen hier auf die Hühner. Hier liegen Waffen rum. Bei mir und ich habe noch eine Dings drin. Hier kommen noch mehr. Komm. Den habe ich. Okay. Da ist ein Kumpel habe ich schon mit mir gebracht. Okay. Geil. Hier ist Flow. Ja, Flow brauche ich. Flow. Oh, hätte ich mir auch mal Flow behalten, Alter. Flow geht immer. Ja. Ich hätte ja nicht gedacht, dass man hier so schnell Flow findet. Gieß ab, Alter. Da kriegt es nicht geschissen. Da reichen ja mal fünf Teile zusammen, geht da total in die Knie. Das war wirklich einfach. Ja. Haben wir Kopfgeld, ja. Ja. Das muss hier oben auch nur sein. Mh. Kann man den Berg hoch? Ja. Das sollte gehen. Das sollte gehen. Oh, ja. Das ging ja. Möglicherweise. Ja. Er denkt auf dem Berg ist er sicher. Mh. Mh. Aja. Da kommen zwei jamaikanische Brüder, Junge. Mit dem Moped an. Jamaikanische Brüder. Bob und sein Bruder Marley. Du bist Bob. Hier ist er. 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 ich meine den namen ist das wollen ja auch wenn ich den aktenkörper wo ist unser mordbett hin das ist geplatzt haben die das kaputt geschossen gehen wir zur campus oder wo ist sie jetzt da drüben man möchte es nicht glauben hier fliegen doch hatte schon nicht gedacht weil das so weit weg war ja nämlich stromgewehr mit hier sind sie schon durchgeführt hat zu einer hat sie runter gehackt das ist meine die licht gestalten ja haben wir haben kann naja scheiße ich halt auf die xp so millionen und abermillionen unter schaden er ist wie man richtig treffen reicht ja hier vorne sind welche ja wasser ich will meine rakenner war so geht das wo kann ich das noch hinschießen ich weiß gar nicht so geplatzt deswegen haben wir irgendwo krauchte irgendwo rum denke ich mal die kamera habe ich getroffen was ne kamera? ja jetzt bin klein das ding ja das fetzt ich leg's übelst ein wie ne javelin ist das ha 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 ach das stimmt ich nehme einfach das schon waffenkoffer alter episch business geschützt rum episch alter hier habe ich doch so ne hammerpump kann ja aber mein sieg ist mir wichtiger als ja äh wir könnten vielleicht nochmal zum sniper fahren hinter ich kann nicht mehr munition holen ja und vielleicht haben sich da ein paar birnen wie glutegel fest gewissen mhm doch liegt der kanada rein mhm der flucht sonst wohin doch wie aber jetzt ging's gut er ist nicht da haben wir erschossen wahrscheinlich oder mitgenommen oder mitgenommen die arschlöcher administrative sch long da gibt's eh nischt äh auf dem toten kappenzwerg ja wir fahren hier hoch schaar man noch einundzwanzig schuss das ist noch ganz schön viel jetzt wenn du so willst auch noch vielleicht habe ich schneide munition halt 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 die hier ist das doch große ja geil ich hab da keine sniper okay da ist nein wollte mich bloß hinhoften alter mal gucken wie groß die zone ist okay 16 spieler zehn teams komisch was ja geil ist ja das hat sich doch auch schon wieder verändert ja ich glaube ja ist das sind lawinen die herunter gerutscht sind die haben das alles zu geteckt und da das flugzeug zieht man dort flugzeug das ist getaut ist anders jaja hier ist schnee geschmolzen wahrscheinlich 13 mann noch das ging jetzt aber schnell war uns nicht gerade noch 16 habe ich gerade gesehen obwohl du gesagt dass das erste mal waren es 20 ja vor paar minuten zwölf noch geht den rest machen wir ja müssen wir ja vielleicht haben die da immer unten gewartet und sind dann mehr aus dem scheiß aus gekommen und hier hochgelaufen und wir wundern uns immer wo kommen die endlich wir haben doch wahrscheinlich so lange gewartet wie die zone es ermöglicht hat auch cool mit unseren schneeanzügen ja hier oben in dem in dem wald war es richtig geil okay da hast du durch das gebüsch durch die büsche und alles wird perfekt hast du uns ja gar nicht gesehen das war top kommt denn die bürnen die müssen irgendwann mal kommen ja sind immer noch 14 bis jetzt also 12 gut wenn der von der gesamtzahl bürnen sind es 14 weil wir sind ja auch bürben am seil oben hat nicht auch hier mein geschützturm geil warum schießen das auch da oben das schießt man ich hasse das koop aber die haben gerade auch ein fight nein ich bin runtergerutscht junge ich sehe nicht mehr okay jetzt bin ich noch dran oh die zone kommt ja die liegen alle hier oben tot ja ach du scheiße und das könnte es jetzt vielleicht werden wenn wir hochkommen wird und die kommen ja an der leine wir müssen hier hoch an der leine hier haben wir high ground flyer hier haben wir high ground flyer hier haben wir high ground flyer hier unten 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 jetzt hat er eine kassiert das war meine rache noch mal eine gekriegt hängt er in seinem scheiß stein scheiße ja wir haben ja stimmt geil du hast recht noch mal waffen alle durchladen ja ich hab bloß die ähne so jetzt gucken springen ja rüber da ist ja doch da ist ja doch oder der wort ja ane da war hier unter uns wo sind dahin ich hab's schüsse ja hierhin doch im tor ok naja lasse wir verstecken uns ja es sind ja nur noch zwei ja deswegen ja die müssen runter kommen denke ich mal ein bisschen rüber ja ruhig man zeit die sohn ist auf unserer seite diesmal die müssen jetzt runter kommen oh da kommen sie rüben einen hat er gekriegt ich komme in die zone noch aber der springt weg wir müssen runter pass auf gleich lassen sich umlegen lassen sich nicht umlegen also also hat er mir eine gegeben junge da schießt gut ja es ist auch der einzige noch alter wenn der drauf geht ja haben wir es wieder ohne die zone kommt ja warte er ist da drüben komm komm her die zone kommt ja ich bin doch schon unterwegs kein stress er kommt mit dem auto wir müssen ja hoch in den stein hier ist er kommt wo ist das hier vorne hier vorne am stein also springen dahin ja lappen lappen alter oh hallo ist geil ja auch schon schön vor mir und no scope was willst du machen ja der lappen hat so ein setz tun gehabt also der hatte keine chance der hatte keine chance gehabt ich war ja auch voll drauf mhm ja aber er hat gut gekämpft er hat gut gekämpft ja er war spannender Kampf war gut mhm so kurz darauf nach Hause ja 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 ja